Hallo Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge des Housewalkers The Gov Tools. Letztes Mal haben wir ein Trauma erlitten, als Kind jetzt natürlich und wir haben uns mit den unterhausen Wichteln jetzt befreundet, müssen jetzt aber zu Kyle. Also wir haben noch andere neben Missys, ich guck mal so was wir da machen. Hey, es gibt eine Erdbeerung in der Elven Forest. Der spammt aber auch alles zu. So, das sind... Schade. Oh, wo wir gerade hier sind, können wir auch eben... Äh, zur Versammlung gehen. Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and Elves of Zoran, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far he has recruited at least fifty warriors to be on his team, and he is... You have something to say, Wizard? Uh, nothing. Just think it's kinda funny how Drow Elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our two factions... To join forces. Fuck that! We do not team up with fucking Elves. You got a better idea, Wizard fat ass? After what you elves did to us at the Battle of Ormsley Woods? You think we'll ever trust you? Yeah, you tell him, Butter. That was Jimmy's fault, and he apologized. Oh, oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah! Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you s-s-s-s-suck my elven dick, Butters? Enough! Whether we are human or elephants are gonna matter one bit if all of Zoran is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde, or there won't be a world to fight in! Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and... the girls. The girls?! How, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No? But maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook fans. I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, commander douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war! winner! What if, go to there! Whoever already works for you, make nerfcr cuts. Umicott makes ihrem 20 seconds handle... ilation would Catwoman drums can어요? Aha! Who is eremony! Chame Ford! Always live! www. Sammel, Kai Spawn, die Gruppe für den, ach Spawn, Kai ruft einen Geist, ok, Professor Chaos hat er schon, 1 hat er auch schon, ok, ich glaube, ich nehme Stan oder Butters, ich glaube, ich wechsle mal zwischen den, es wäre gut, wenn sie irgendwo wieder so ein Chemie-Express, was ist, was soll hier, kann man hier nicht rein, ich kämpfe mit Elgor jetzt, ok, Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming You cannot escape the scientific certainty of global climate change Besten Tempo tragen So und jetzt, der hat keine Rüstung, hm, ja Ach, ich habe auf die Ege gekriegt, Entschuldigung Ich muss mal wieder Macht schürfen Ich bin hier! Nice! Lass? Chance. Cautious. Okay. Erstmal müssen wir hier. Stag. So, okay. Und jetzt. Die mit den Gewehren wird am gefährlichsten. Ich bin jetzt zu verlangsamen jetzt. Dann gleich noch eine Haltung in den ganzen Handlaufs. Und dann... Blinken, blinken, blinken. Jetzt werden die Haltung in den ganzen Handlaufs. Oh, der ist gut. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, okay. Ich habe eine Idee. Wir machen... Probieren das noch einmal. Du bist zurück, Junior Algorian. Aber warum hast du keine von meinen Fingern gefallen? So. Ich bin Stan Marschwalker, Bruder von Wolfen und Badger. Jetzt schauen wir, wie du möchtest, durch eine ganze Präsentation auf globale Warmung zu sitzen. Ich bin jetzt sofort im Tempo dran. So, okay. So, okay. So, wie ist es jetzt. Und jetzt könnte ich mal den Halt machen. Und dann, dann, ich komm mal raus. Auskombol. Was ist er? 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 Verkriegt. Das ist die Frage natürlich Ja dann verlangt er mich ein bisschen auf Freude Den Waffen Das ist die Frage Elgo verschlägt sich Das ist die Frage Das ist die Frage Ah ja, no. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Na, weiter. Okay, wir machen das. Wir machen das später. Hey, go, mach mich später. Ähm, was haben wir denn noch? Quest. Ähm, magische Musik. Okay, das können wir nebenbei machen. Ich könnte mal magischem, ja, Zombies. Geh noch einfach mal zur Farbe. Mal gucken. Oh, es war Mabel. Mal gucken. 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 Ich hatte aber ein ganzes Einverboe, ich hatte eine ganze Zeit zuhören. Du schaust wie ein Papa. Oooooooooooooooooot! Ich weiß nicht, wie er einfach nur hat... Scheiße! Scheiße! Ah. Ah. Mein Ohn Leben! Lach, du Liebe! Okay. Äh... Oh, 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 oh. Scheiße! Ja, ach. Aber... Ich weiß immer noch nicht, wo der Farmer ist, ehrlich gesagt. Gehst du die Farmer? Also, wir sind jetzt im Wald, aber... ... 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 Gar keine Rüstung. Oh no you don't. So. Wie krieg ich jetzt auch noch einen anderen Schlag? Das warst du noch. Come on. die 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 erst mal hier bleiben und wenn wir es auch die Folge dann ist es nicht so ist